Riener geschwind über The Suicide Squad von 2021 von James Gunn. Und jetzt machen wir es mal ganz kurz. Das ist seit langem ein Film, den ich uneingeschränkt für Leute mit meinem Humor empfehlen kann. Jetzt sind wir fertig. Ihr könnt es jetzt gehen und euch anschauen. Und wenn ihr mehr Detail wissen wollt, dann bleibt es nur ein bisschen dran. Ich erzähle euch aber heute keine Spoiler, weil der Film hat eigentlich eine Handlung, die sich in drei Sätzen ausdrücken lässt. Aber auch das werde ich euch jetzt nicht erzählen. Ich mache den Film von vorn bis hinten. Und das hört ihr selten von mir, weil er vereint diesen anarchischen Humor mit Bösartigkeit, schwarzem Humor, ein bisschen Gemetzel und völliger Unberechenbarkeit. Also ein Film völlig nach meinem Geschmack. James Gunn kennt ihr ja, das ist der, der Guardians of the Galaxy 1 und 2 gemacht hat. Und soweit ich mich erinnere, ging ja die Geschichte so. Guardians of the Galaxy ist ja Disney. Suicide Squad ist DC. Er hatte da so ein gewisses Problem. Er hatte auf Twitter irgendwelche Sachen gesagt, die ich bringe es jetzt mal auf ein simples Niveau. Disney nicht gefallen hat. Und dann haben sie ihn halt mehr oder weniger rausgeworfen. Und er hat es Suicide Squad unterschrieben. Soweit ich mich erinnere, ist es dann sogar so gelaufen, dass sie eigentlich ihn zurückhaben wollten. Aber dann hat er ja schon unterschrieben. Wenn man richtig bösartig wäre, könnte man auch in einigen Figuren so ein bisschen so einen leicht angedeuteten Stinkefinger in Richtung Disney erkennen. Wenn er dann jemanden, ich möchte jetzt hier wirklich nichts verraten, doch das verrate ich euch. Wenn er eine Ratte mit Ratatouille anspricht, Ratatouille ist ja Pixar und Pixar ist Disney. Oder wenn eine Maske der von Venom ziemlich ähnlich sieht, dann dürften das schon so ein paar kleine Anspielungen sein. Ja, was will man dem Film noch sagen? Ich mochte auch die kreative Herangehensweise zum Beispiel an diese Zwischenüberschriften. Er hat James Gunn oder wer auch immer jetzt das verbrochen hat im Detail, Director of Photography und so weiter, hat auch diese, alles was sich so angeboten hat, das könnte jetzt theoretisch zum Beispiel Blut sein oder so, so angeordnet, dass es dann plötzlich eine Zwischenüberschrift gibt. Witzig, übrigens auch bis zum Ende dranbleiben, wobei wenn er jetzt nicht ganz bis zum Ende dranbleibt, wird euch jetzt nicht unbedingt, ja, sehr, sehr viel genommen. Okay, er wollte jetzt unbedingt noch irgendwas über die Grundhandlung wissen, oder? Naja, also diese muntere Truppe und jetzt, ich muss ein bisschen vage bleiben, wenn ich euch wirklich nichts verraten soll. Diese muntere Gruppe an Anti-Helden, nennen wir es einfach mal, die im Gefängnis alle herumhängen, werden halt für eine ganz wichtige Mission gebraucht. Die ganz wichtige Mission ist eine Selbstmutzmission, deswegen heißt es Suicide Squad. Ja, und dann kommt das Ganze so ins Laufen. Also, sorry, ich könnte euch jetzt sehr viel erzählen von Anspielungen auf Alien bis zu Harley Quinn und welche Rolle sie jetzt da spielt. Und das Schöne ist halt, an dem sie nehmen ihren Kanon nicht ganz so ernst. Das ist nicht Marvel. Das ist nicht dieses, oh, das passt ja jetzt nicht, weil Harley Quinn ist doch eigentlich die Freundin vom Joker in dem Teil und bla. Und den ersten Suicide Squad, deswegen heißt er auch der The Suicide Squad, den wollen wir auch mal lieber wunderbar vergessen, weil der verblasst sich gegenüber dem. Und bei dem ist es halt so, ihr müsst den Wahnsinn einfach in euch aufnehmen. Wenn es euch stört, dass plötzlich ein Hai ist es, ein Hai mit in der Truppe ist, wenn euch das stört, dann seid ihr falsch. In dem Fall ist es sogar so, dass ich zwar anerkenne, dass viele praktische Effekte drin sind und natürlich ist hier auch viel ge-CGI'd. Hier ist es aber so, gegenüber allen anderen Filmen, die ich jetzt in letzter Zeit hatte, wo ich mich so unglaublich drüber aufgeregt habe. Hier ist es so, dass der Film durch seinen Witz und durch seine Rasanz, er bügelt genau diese ganzen CGI-Unsauberkeiten, die es natürlich gibt, die bügelt er einfach weg. Du kommst überhaupt nicht dazu, so richtig nachzudenken, ja, minimal vielleicht ein, zwei kleinere Längen, aber eigentlich nicht. Weil in dem Moment wurde dann erst einmal wieder verarbeitet, sag aber, haben die das gerade wirklich getan? Mann, haben die sich wirklich jetzt gerade auf diese Weise, oder hat der den jetzt gerade, oder die, oder sie, also hier metzelt ja jeder jeden nieder, ne? Nein, es ist nicht ganz Tarantino. Aber, das ist auch wieder, ich sag das öfters, kein Familienfilm. Und jetzt, also, sorry, das ist jetzt kein Spoiler, finde ich jetzt, sonst seid ihr eh schon weg, vor allem beim Actionfilm. Wenn ihr ein Problem mit Nagetieren habt, nicht euer Film. So wie bei Jungle, Dammit, The Rock und so weiter, ich sag bitte, wenn ihr ein Problem mit Schlangen habt, nicht euer Film. Also Phobie, ein Problem mit, ich hab auch ein Problem mit Schlangen, wenn sie mich ins Gesicht beißen, ne? Aber wenn ihr so eine Art Phobie habt. Oder, ähm, Kinder kleineren Alters, geringeren Alters heißt's korrekt, die zu Albträumen neigen, wenn sie zu viele Nagetiere sehen. Nicht euer Film. Ist sowieso überhaupt kein Kinderfilm. Sorry. Es wird gemetzelt. Also im Prinzip ist es schon ein bisschen Tarantino auf Guardians of the Galaxy. Sie können dem anderen so ein bisschen sagen. Für mich ist es an vielen Stellen mehr so ein Witt, Witt, Witt. So, wir könnten das jetzt so machen, aber wir machen es so und, ach, da stirbt jetzt einer. Äh, wow. Also, haben die das wirklich getan? Diesen Moment, den hatte ich öfters. Und ich hab mich köstlich amüsiert bis zum Ende. Es ist völlig wurscht, um was es geht. Die, die Haupthandlung. Und so muss es beim Actionfilm sein, ne? Man hat, hat, sie spielen natürlich ein bisschen, ne? Man hat ja schon so, nach meiner Theorie immer so ein bisschen Sympathieträger, die man dann verfolgt auf ihrem Weg. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig. Erstmal ist die Gruppe relativ groß. Zweitens, mal sind sie alle irrsinnig. Also alle. Und auch wirklich irrsinnig. Und teilweise eben auch, ja, jetzt nicht unbedingt zimperlich. Und, ja Gott, ich hab bei dem, jetzt kleiner, minimaler Spoiler, ne? Bei dem Hai, hab ich gedacht, jetzt sagt er gleich, Fischer sind Freunde, kein Futter. Also, ich weiß nicht, ob das in die Übersetzung rausgekommen ist oder weg, entfernt wurde. Aber, das, man wartet die ganze Zeit drauf, dass das passiert. Es ist eigentlich, das ist so, ahhh. Aber ich möchte es nicht viel mehr verraten. Und wenn ihr euch jetzt denkt, was? Was der da sagt, ist völlig zusammenhangloser Blödsinn. Ideen eines Wahnsinnigen, die wahrscheinlich in einem irrsinnigen Film geendet haben, mit bei dem ziemlich viele Menschen umgebracht werden und er relativ wenig Handlung hat. Jetzt habt ihr es verstanden. Das ist genau, um was es in dem Film hier geht. Und er ist geil. Das war's. Servus. Servus. Vielen Dank.